Pass auf! Warum seid ihr so aufgebracht? Ein gelbes Monster zerstört den Wald. Die holzen den Wald ab, um ein Atomkraftwerk zu bauen. Wo sollen wir denn dann leben? Wir sollten Unterschriften sammeln. Wir haben es geschafft, den Wald zu retten. Vielen Dank. So konnten wir den Wald nachhaltig retten.